Kein Skript, kein Plan. So einfach ist das. In diesem Sinne herzlich willkommen zum Convincing Script, der Formel für mehr Erfolg. Wenn du ein Online-Angebot hast oder Kunden- bzw. Verkaufsgespräche führst, dann kennst du die verschiedenen Einwände deiner Kunden wahrscheinlich in- und auswendig. Selbst wenn du ein sensationell gutes Angebot hast, passiert es dir bestimmt ab und an auch, dass es ein Kunde nicht kauft. Selbst dann nicht, wenn du mit dem Preis runtergehst. Und die Gründe, warum Kunden nicht kaufen, die sind vielfältig. Entweder kennst du deine Zielgruppe noch nicht genau. Falls dem so ist, dann kann dir das Convincing Script dabei helfen, diese besser kennenzulernen. Es ersetzt aber in keinem Fall deine Zielgruppendefinition und deine Positionierung. Es ergänzt es aber sehr gut. Falls du dich also mit dem Thema Positionierung und Zielgruppe noch nicht auseinandergesetzt hast, dann solltest du das unbedingt tun. Das ist die Grundlage für alles, was du anbietest. Ein weiterer Grund, warum Kunden nicht kaufen, ist, dass dein Angebot vielleicht noch nicht klar genug formuliert ist und deine Kunden nicht genau verstehen, was du für sie tun kannst. Und dabei hilft dir das Convincing Script in jedem Fall. Stell dir doch bitte mal vor, jeder Kunde wäre von deinem Angebot sofort begeistert. Du hast die Klarheit für dich und deine Kunden, wie du mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung die Probleme anderer Menschen lösen kannst, Wünsche erfüllst und das alles macht dir auch noch irre viel Spaß und erfüllt dich natürlich mit Stolz. Das ist doch eine schöne Vorstellung, stimmt's? Und wenn diese Vorstellung aber Realität werden soll und du andere Menschen wirklich überzeugen willst, dann brauchst du einen klaren Plan, habe ich gerade eingangs ja schon gesagt. Also eine Formel, mit der das geht und das mit dem Plan, das meine ich wirklich sprichwörtlich, denn die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer entscheiden nur nach Bauchgefühl. Sie haben zwar einen groben Leitfaden, aber keine exakte Erfolgsformel, die dazu führt, dass sich Kunden sofort in dem Angebot wiederfinden und wenn du die Probleme, Wünsche oder Bedürfnisse deiner Kunden nicht besser kennst als sie selbst und ihnen nicht klar machen kannst, dass du relevant für sie bist, dann wirst du langfristig nicht erfolgreich sein. So bitter ist die Wahrheit. Du würdest ja auch nichts kaufen, was du nicht verstehst, oder? Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben einen Plan hat. Und die gute Nachricht ist, es gibt diese Formel, die ich dir heute einmal verraten möchte, mit der du andere perfekt überzeugen kannst und genau die Klarheit bekommst, die es braucht, um andere Menschen überzeugen zu können. Und zwar sowohl in einem Gespräch als auch auf deiner Webseite oder wenn du zum Beispiel einen Online-Kurs drehst oder auch ein Video für YouTube machst. Und um sie zu entwickeln, habe ich unzählige Reden erfolgreicher Menschen und auf viele Webseiten, Sales-Funnels, Videokurse analysiert und herausgekommen sind. Sechs Elemente, also sechs Schritte, die meistens auch in dieser Reihenfolge drankommen, wie ich sie dir gleich vorstelle. Manches davon wiederholt sich und dieses Video hier im Übrigen erfolgt ebenfalls dieser Formel, dem Convincing-Script. Meine Verkaufsgespräche, Vorträge und vieles mehr baue ich exakt nach dieser Formel auf und die Phasen, die schauen wir uns einmal im Überblick an. Punkt 1 ist der Pattern in the Raps. Wir wollen Aufmerksamkeit erzeugen, ein Muster beim Kunden unterbrechen, damit er sich voll und ganz auf uns fokussiert. Punkt 2 ist Schmerzwunsch oder Bedürfnis, also der Ist-Zustand deiner Zielgruppe ansprechen. Drittens ist der Wunschzustand, also wie sollte es idealerweise sein, beim Kunden einmal beschreiben. Punkt 4 ist Lösungsvorschlag, Angebot, also ein Kundenversprechen abgeben. Punkt 5 ist Proof, Beweise, also du musst einfach beweisen können, dass du das, was du gerade auch versprichst, halten kannst. Und Punkt 6 ist Call-to-Action, Aufruf zur Handlung. Schau dir jetzt, wo du diese Formel kennst, einmal die Webseiten oder die Videos von bekannten Coaches, Speakern oder auch erfolgreichen Unternehmern an. Du wirst diese Elemente alle darin wiederfinden und setzt du dich mit deiner Kommunikation, allein schon mit diesen 6 Punkten auseinander, wird sich dein Umsatz drastisch erhöhen. Und du hast eine klare Struktur und deinen Plan für deine Angebotspräsentation. Wenn du auch mehr Neukunden gewinnen und deine Umsätze steigern willst, dann schau dir auch gerne mein Verkaufstraining Secrets of Sale an. Dort kannst du das Convincing Script auch kostenlos als PDF herunterladen. Der Link, der steht hier unter diesem Video. Abonniere gerne den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du nichts verpasst. Alles Gute, in diesem Sinne, dein Uwe. Also, это Hertzfeld. Von diesem Video. Vielen Dank.